Hallo YouTube und willkommen zur neuen Technik-Faultier-Video. Wir haben hier die neue Samsung Galaxy Buds 3 und hier die neuen Buds 3 Pro. Samsungs neue, ich hätte jetzt fast In-Ear-Kopfhörer gesagt, aber das stimmt ja leider nicht mehr, denn nur noch die Pro sind In-Ears. Die normalen sind nicht mehr in ihr Kopfhörer, wie noch die Vorgänger-Generation, sondern haben jetzt so ein Open-Fit-Design. Warum sage ich leider? Weil Samsung hier versucht trotzdem ANC drin zu verbauen, was im ersten Eindruck auf Samsungs NDA-Event damals, und da war es laut, nicht so richtig funktioniert hat. Gut, wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Software-Update, aber das zweite, was mich auch daran stört, jetzt habe ich halt nicht In-Ears mit wahrscheinlich nicht so einem guten ANC und die kosten trotzdem 180 Euro UVP. Für 70 Euro mehr, 250 Euro, bekomme ich nämlich schon die 3 Pro mit LED an der Leiste. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Wir packen die einmal aus, beziehungsweise die normalen sind schon ausgepackt. Es gibt beide übrigens in Silber, beziehungsweise in Weiß. Ich finde die in Weiß schöner. Warum? Weil sie dann nicht aussehen wie eine Huawei-Kopie von den Huawei Free Buds, sondern weil die in Schwarz-Weiß eher wie eine, was sollen wir sagen, eine Star Wars Stormtroopers Edition aussehen. So, da sind noch die Siegel zu, die rupfen wir mal auf, einmal und zweimal, drehen das Ganze um, schütteln einmal leicht und da kommen die Dinger raus, auch wie bei den Smartphones. Im Deckel sind dann die Anleitungen, gucken wir uns auch noch an. Und zwar nehmen wir einfach mal die Verpackung hier auf, wo man hier gar nichts ziehen kann. Ah, das ist aber sehr irritierend, da oben das Ding zu machen. Und dann ist das, macht man es auf der Unterseite auf. Gut, lernen wir auch dazu. So, was haben wir hier? Ich stöhne etwas in Farbe. Ach nein, guck mal, wie cool. Oh, es sind, das sah jetzt hier in dem Licht doch ein bisschen anders aus. Ich, die, 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 wow, das freut mich gerade sehr. Warum? Normalerweise würde ich jetzt mich ja begeistert darüber zeigen, dass ich beide Farben habe, um die auch vergleichen zu können. Aber die silberne, matte silberne Version, wie gesagt, gefällt mir eigentlich nicht so. Erinnert mich eindeutig zu, also an die Huawei, ne, das ist so ein Huawei-Ding. Und weiß fand ich die viel schicker. Deswegen freue ich mich das auch. Ich gehe davon aus, dass bei der silbernen Version trotzdem weiße Kabel dabei sind. Oh, oder wer weiß, vielleicht ist da dann ein schwarzes Kabel dabei. Wir haben, ihr seht es hier schon drin, da ist nichts mehr drin. Während bei der Pro-Version die verschiedenen In-E-Aufsätze oder In-Uhr-Aufsätze dabei sind. M ist drauf, das bedeutet S und L liegen dann hier bei. So, genau, da haben wir es auch schon. Im Buch, woops, was gar kein Buch ist, sondern einfach nur wieder die Warranty-Guard und den Quick-Start-Guide. Einmal, wie die Bedienung ist. Dadurch, dass wir jetzt dieses Stäbchen-Design haben, haben sie da auch die Drücke-Elemente verbaut. Und auch die, wie heißt es hier so schön, die Swipe-Area ist drin verbaut. Zum einen und in der schwarzen Version, ach so, da blieben die Dinger. Ach, Kass, da ist noch gar nichts drin. Witzig. Das liegt jetzt auch, schöner Fun-Fact denn an der Stelle. Das hier ist die, ich sag mal, das Press-Sample, was Samsung direkt beim NDA-Event ausgegeben hat. Also ich glaube zum ersten Mal, dass Samsung da direkt Test-Samples rausrückt. Und das hier ist hier die Verkaufs-Version. Deswegen haben wir das direkt da alles dabei. Bei den Handbüchern ist es ja bei, genau wie bei den Smartphones, bei den Geräten eher nicht so. Dafür bekommen wir hier noch die Anweisung, finde den perfekten Sitz. Und ja, da unten ist der Pairing-Button, wenn du die Dinger verknüpfen willst. Holen wir sie mal raus. Merkt man einen Unterschied. Boah, ich glaube nicht. Ich glaube, die Pro sind minimal ein Gramm schwerer oder so. Aber piept drauf. So, beide leuchten auf. Wette ich jetzt ein Smartphone hier. Oh, da habt ihr es ganz kurz leuchten sehen. Die Laserschwerter leuchteten auf. Das ist schon was, wo ich mir dieses Jahr denke, es ist verkehrte Welt. Ich sage es immer wieder. Die Galaxy Buds 2er waren jetzt über zwei Jahre ein Preis-Leistungs-Hit. Muss man ganz klar sagen. Für gut unter 100 Euro erhältlich. Von der Bedienung, das wird jetzt besser. Aber ich weiß es nicht. 180 Euro nicht für In-Ears. Gucken wir mal. Ich habe jetzt, ich läster jetzt hier wieder zu sehr übers ANC, was da nicht wirklich funktionieren wird bei dem Design. Nein, gucken wir trotzdem mal. Aber ich meine, gut, wenn das jetzt einer sieht, der ruft jetzt auch wieder teilweise Apple, Apple, Apple. Ja, aber ich meine, wie will man den Kopfhörer anders designen für, wenn man sie ins Ohr reinhängt. Dann habe ich da halt den Lautsprecher und dann fertig. Apropos Lautsprecher. Wir haben hier, glaube ich, was war das? 11 Millimeter, einer. Und hier zwei, 10,6 und dann nochmal was für die Hochtöner oder so. So, klar. Nöppelchen sehen wir. Passt schon. Ich hänge mir sie mal beide rein. Uh, links, rechts. Ja, gut. Aha. Hätte ich jetzt. Entweder liegt es einfach daran, dass ich eigentlich an normalen Kopfhörern, Vergangenheitsfaultier, wird sich denken, was ist mit dem passiert, eigentlich In-Ears deutlich angenehmer zu tragen finde. Oder einfach das Abschirmende deutlich angenehmer finde. Wobei das hier gerade direkt auf einen Transparenzmodus gewechselt ist. Wenn ich nur einen drin habe, nehmen wir mal den zweiten Rock direkt dazu. Ah, da kriegt schon direkt schon das Ende. Ne, es ist nur Transparenz, es ist deaktiviert. Sitzen, sitzen schön. Jetzt nehmen wir die eben nochmal kurz noch dazu. Ja gut. Höre ich mich jetzt ganz normal beim Sprechen. Da isoliert halt nichts. Stäbchenbedienung wird nochmal mit einem Klack-Klack bestätigt. Ja, wenn ich hier einfach dann drauf drücke. Ich glaube, das ist gut hier. Ne, hört man ja nicht. So, ansonsten vom Design sehen es ein bisschen anders aus. Aber die grobe Grundform, wenn ich, glaube ich, das einfach den Aufsatz hier einfach abmachen würde, dann würde man sehen, ne, die, ja, das Gleiche einfach. So, jetzt wissen wir aber, die Pro haben, glaube ich, nochmal einen größeren Akku. Ne, haben andere Lautsprecher aufgebaut und verbaut. Sind einfach die Pro, werden wahrscheinlich besser klingen. Werden durch die In-Ear-Nummer vernünftiges, hoffentlich ein vernünftiges ANC haben. Wenn wir von der Vorgängergeneration mal drauf schließen. Und von der Bedienung hat Samsung meiner Meinung nach hier mit den Stäbchen aufs richtige Pferd gesetzt. Ne, hier einfach drücken. Auch wenn es raushängt. Auch wenn man da vielleicht im Winter mit dem Schal oder mit einer Kapuze Probleme bekommt. Ja, aber für die Bedienung ist es deutlich besser. Und wenn ich mir noch überlege, die andere Tipp-Bedienung bei den Wohnen und was wir da nicht alles hatten. Naja, das war ja irgendwas. So, auf jeden Fall. Ich höre einfach mal kurz rein. Okay. Ich habe jetzt mit beiden diverse Sachen Probe gehört. Die Pros heißen Pro nicht ohne Grund. Hier kommt deutlich mehr, was sollen wir sagen, Klangwumms raus. Das liegt aber auch schön allein einfach wieder an der abschirmenden Passform vom In-Ear-Design. Ich kann hier deutlich leiser die Musik hören für das, was sollen wir sagen, das gleiche wuchtige Feeling. Hier muss ich die Musik deutlich lauter drehen, um, was sollen wir sagen, die gleiche Lautstärke allein aufs Ohr zu bekommen. Oder das gleiche Gefühl hinzubekommen. Sagen wir mal so, hier reichen 40 Prozent, 40 bis 50 Prozent. Und hier muss ich irgendwo hingehen, 60 bis 80 Prozent. Um eher 70 bis 80 Prozent, um das gleiche Wumms, sage ich jetzt mal in einigen Stücken, rauszuhören. Ich gehe jetzt bewusst noch nicht auf Qualität ein oder sowas. Da muss ich erst mal in Ruhe gucken und vergleichen und testen. Nur dazu. Also erster Eindruck bestätigt sich einfach. Oder ich lege es noch eins drauf, weil der eine oder andere jetzt wieder ruft. Ja, wie ist denn jetzt hier ANC? ANC jetzt hier im ruhigen Kämmerlein ist schwer zu testen. Das muss ich unter richtigen Bedingungen machen. Aber der erste Eindruck ist, selbst die Dinger mit aktiviertem ANC schirmen weniger ab als die Dinger. Ohne aktiviertes ANC allein wieder durch die Bauform. Das ist es halt. Ja, ich weiß, es sind In-Ears. Ja, ich weiß, Vergangenheits-Faultier hat vor Jahren auch immer gesagt, lasst mich doch mit In-Ears in Ruhe. Ich will das nicht tragen. Ich möchte es nicht. Aber die Vorteile von In-Ear, die Abgeschirmtheit, weniger Lautstärke auf die Ohren zu bekommen, das sind schon Vorteile, die da überwiegen. Jetzt so vom ersten, also von der Bedienung sind die übrigens gleich. Von den lustigen Leuchte-LEDs habe ich jetzt noch nichts gemacht. Ich musste die auch noch nicht aktivieren, um sie dann zu finden. Fun-Fact an der Seite. Ich habe es natürlich jetzt mit dem 6er getestet. Die iPhone-Fraktion guckt wieder ins Leere. Die alten Samsung-Apps funktionieren ja nicht mehr. Vorribles kennen wir ja auch. Ich glaube, die Bohnen-Dinger sind die letzten, die noch von iOS unterstützt wurden. Oder von Samsung für iOS-Unterstützung erfahren haben. Natürlich kann ich die ganz normal Bluetooth-Parent damit machen. Ja, aber dann kann ich halt nicht die Optionen machen. Dann kann ich die Einstellung nicht machen. Kann keine Updates machen. Dafür brauche ich dann immer nicht unbedingt ein Samsung-Smartphone, aber halt ein Android-Gerät, auf dem dann die Samsung-Apps dann laufen. So, das war es jetzt. Ein erster Eindruck. Ich gebe es zu. Ich bin etwas voreingenommen. Und dieser erste Eindruck vom Voreingenommensein bestätigt sich. Also, wenn sich meiner Meinung nach, gerade wenn ich hier schon dick über 150 Euro bin, dann lege ich die Schippe drauf, dann kriege ich das. Dann habe ich auch das ANC-Erlebnis. Dann habe ich noch mal einen besseren Klang. Ob ich jetzt hier ein bisschen mehr Akkulaufzeit rauskriege. Hey, geschenkt. Beide haben die gleiche IP-Zertifizierung. Was waren das? 4, 5, 7, glaube ich sogar. Dafür muss es nicht geben. Vom Gewicht, vom Case, Aussehen und sowas. Alles, alles, alles geschenkt. Das ist die hier blinken. Ja, ist cool. Gucken wir erst mal, was man damit kann. Aber was ich sagen wollte, wenn ich eh in dieser Richtung 200 Euro Kopfhörerrichtung gehe, dann ist der erste Eindruck bisher, dann greife ich zu dem Pro. Meiner Meinung nach, jetzt kommt es. Auch wenn ich in-Ears nicht so viel was abgewinnen kann. Beide haben übrigens gut gepasst. Wobei ich das Gefühl, Tragekomfort von in-Ears sogar besser fand, als das, was Samsung hier mit diesem OpenFit gemacht hat. Gut, das ist immer so eine Frage. Gleiches Spielchen habe ich bei den aktuellen normalen AirPods, dritte Generation. Aber wo sind wir da? Von Apple. Die passen mir auch deutlich schlechter als die Vorgänger. Ist halt so eine Sache. Bei den In-Ears habe ich das Gefühl, habe ich nochmal durch die Aufsätze mehr Anpassmöglichkeiten. Hier ist es ja immer so ein Friss oder Stirb. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Mir nicht, bis zu gucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.